Reinigungsmittel können gefährlich werden, wenn unser Körper mit ihnen in Kontakt kommt. Die erste Regel ist auch die einfachste. Lassen Sie Gebinde mit Reinigungsmitteln niemals offen stehen. Eine Schutzbrille ist bei Tätigkeiten Pflicht, bei denen Reinigungsmittel spritzen können, zum Beispiel beim Abfüllen oder Verdünnen. Die Gefährdung durch ätzende oder reizende Wirkstoffe wird reduziert, wenn die minimale Dosis verwendet wird.